Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin heute Nacht wieder ein bisschen, ja, Pump and Dump gespielt, kein wirklich nachhaltiges Breakout. Wir befinden uns immer noch in unserer Range zwischen 30.000 und 31.500 US-Dollar. Deswegen gab es gestern kein Update-Video, hat sich einfach zu wenig getan und im Endeffekt der Wochenausblick hat dann auch gleich das Nötigste gesagt, was für diese Woche wichtig ist. Wir schauen trotzdem nach, welche neuen Entries wir jetzt im Endeffekt starten könnten. Eventuell nochmal ein neuer Long, eventuell ein neuer Short. Gestern Abend habe ich es leider verpasst, hier möglicherweise noch den Short reinzumachen. Wir werden uns gleich anschauen, warum hier eigentlich ein Short sinnvoll gewesen wäre. Schauen wir uns an, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock habt auf die neuesten Updates, News etc. Twitterer BP kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich alles komplett for free. Und nochmal ein kleiner Tipp, Podcast, fünfte Folge seit Freitag online, also gebt euch die gerne und nochmal vielen, vielen Dank für 100 Abos mittlerweile. Das habe ich schon im Podcast gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für 100 Abonnenten dort auf unserem Podcast. Gut, ja, damit würde ich sagen, direkt in die Analyse rein. Also wir hatten gestern so ein kleines Pump and Dump oder heute Nacht, nachdem es dann gestern Abend so, ich glaube um 10 herum nochmal bis auf 30.8 hoch ging, hatten wir dann die Spitze bei ungefähr 31.050 US-Dollar erreicht und wir haben hier perfekt die Ineffizienz abgeholt. Also die wurde jetzt abgefischt. Das heißt, ja, wir sind jetzt wieder hier am Ursprung. Es ging dann wieder deutlich oder sehr, sehr schnell nach unten bis auf 30.200 US-Dollar wieder in unsere alte Range, konnten aber dann glücklicherweise, ihr seht hier diese grüne Box, die wir hier schon mal eingezeichnet haben, ich glaube am Freitag oder am Samstag, das hier unser Widerstandsbereich ist, konnten wir mit einem 1-Stunden-Chart ungefähr halten oder mit dem 1-Stunden-Close halten und daraufhin ging es wieder hoch. So, und jetzt sind wir wieder genau in dieser Range drin. Interessanterweise, und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, weil ich, wie gesagt, gestern da schon gepennt habe, für einen Short-Entry hätte es sich eigentlich sehr, sehr gut angeboten. Ihr seht hier, Golden Pocket wurde beim ersten Mal nur, ja, so bis ans 0.618er angewiesen, beim nächsten Ding einfach komplett rüber in die Ineffizienz, hätten wir schön Stop-Loss drüber und dann im Endeffekt wäre hier schon bestimmt safe Take-Profit 1 gewesen bei 30.4, 30.5 rum irgendwo. Ja, sollte nicht so sein, ich habe gepennt und dann ging es irgendwie nach unten, deswegen warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen ab, wie sich jetzt die nächsten Stunden aufbauen. Heute, news-technisch, steht ja eigentlich nichts an, wir haben dann erst morgen wieder Verbraucherpreise, am Donnerstag Erzeugerpreise, also heute sollte es noch relativ ruhig sein, auch von den Börsen her an sich, wenn wir uns das mal ein bisschen angucken. USA, sehr, sehr wenig Veränderung, NDX minimalen Plus, SPX minimalen Plus, Dow Jones ein bisschen im Minus. DXY könnte heute mal ein bisschen zum Gegenschlag ausholen, heißt hier ein bisschen Erholung, würde dann wieder für Bitcoin für ein bisschen sinkende Kurse sprechen, aber an sich gilt unsere Range weiterhin. Und das ist das, was zählt. Das heißt, wir haben ja letzte Woche eigentlich schon mal darüber gesprochen, oder am Freitag, dass ich eigentlich nochmal erwarte, dass wir uns diese Wicks hier unten holen, bis ungefähr 29.400 oder maximum 28.800 US-Dollar. Und da bleibe ich auch erstmal dabei, dass das jetzt erstmal das Ziel ist. Dadurch, dass wir jetzt hier oben das Golden Pocket getestet haben, ist das jetzt keine bullische Variante. Wir haben die Ineffizienz gefüllt, wir haben das Golden Pocket gefüllt, beziehungsweise getestet und dadurch ein tieferes Hoch jetzt in dieser Gesamtrange erstmal gebildet. Jetzt wird es interessant, werden wir hier unten, sag ich mal, diese Tiefs jetzt nochmal holen bei den 29.700, 29.600 und uns hier stabilisieren. Das heißt, kein tieferes Tief mehr reinkriegen, wäre das perfekter Long Entry, um dann gegebenenfalls weiterhin die Chance Richtung 32.400 US-Dollar zu nehmen. Also grundsätzlich hat sich nichts geändert. Die Chartstruktur ist einfach weiterhin die gleiche und ich gehe weiterhin eher davon aus, dass wir nochmal Richtung 32.400 bzw. 34.000 US-Dollar steigen, bevor wir überhaupt mal über eine Korrektur sprechen könnten. Und Korrektur meine ich dann eher Richtung, ich sage jetzt mal 25, 26, 27k. Gehe ich vorher jetzt erstmal nicht davon aus. Wenn dann kurzes Fake-Out, das heißt so eine Art Swing-Failer-Pattern aus der Range raus, kurz ein paar Leute oder Longs liquidieren, um dann, sag ich mal, die ganzen Shorts nach oben hin zu liquidieren. Weil so läuft es im Endeffekt jetzt seit zwei, drei Wochen. Immer wieder kurzes Fake-Out aus den Ranges und dann, ja, Kapitulation entweder von Shorts oder Longs und diese dann zu liquidieren. Das ist eigentlich das Einzige. Wir können mal ganz kurz auf die größeren Timeframes schauen. Wie sieht es auf dem 4-Stunden-Timeframe aus? Auch kaum was. Wir haben eine minimale Support-Zone, wobei dieser Order-Block jetzt auch nicht wirklich stark ist. Bei ungefähr 30.150. Könnte getestet werden. Wenn hier ein Impuls kommt, kann man wieder Long gehen. Aber ansonsten ist hier einfach momentan nicht wirklich viel. Blicken wir auf den Daily-Timeframe. Wie sieht es dort aus? Auch nichts. Seitwärtsphase. Keine wirklichen tieferen Tiefs. Der Order-Block hier unten hält. Die Mahnzone hält. Nichts wirklich, ja, Neues. RSI hat ein bisschen korrigiert auf 60. Ist aber normal in der Seitwärtsphase. Das hatten wir auch schon in kleineren Timeframes besprochen, dass einfach hier die Chance sehr, sehr hoch ist. Durch eben solche mega langen Seitwärtsphasen, dass der RSI korrigiert. Aber an sich, alles da drunter, Long, alles, sollten wir nochmal hier hochkommen, irgendwie in die Art, ist erst einmal Short gerichtet. Jo. Dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier auch noch nicht das Eingetreten. Also hier gehe ich weiterhin davon aus, fast zu ziemlich die gleiche Range. Also eher so eine Art Rising Broadening Redge, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass wir uns diese Wigs hier unten noch holen. Das ist weiterhin das Ziel, diese grüne Box hier. Einerseits, weil wir 1, 2, 3 Wigs hier unten haben, die nicht gerade wenig Volumen haben in dieser Area. Also das sollte eigentlich meiner Meinung nach nochmal gehittet werden, um die Liquidität abzuholen. Und dann gilt das gleiche, Swing-Failure-Pattern. Das heißt, wir gehen nochmal ein bisschen tiefer, holen uns die ganzen Stop-Loss, die irgendwie von den ganzen Longs da unten getriggert werden. Und dann versuchen wir unser Ziel von 2020 bis 2040 US-Dollar zu erreichen. Also auch hier hat sich nichts geändert. Ist natürlich auch schwer, hier irgendwie noch in irgendwelche Trades reinzugehen. Wir schauen mal hier ganz kurz das FIP-Level. Na, wenn es triggern würde. So, jetzt aber. Ja, Golden Pocket knapp verfehlt. Gefällt mir aber ehrlich gesagt auch nicht so. Durch den WIG. Also hier würde ich das GP ein bisschen höher ziehen. Können wir überlegen, ob wir eventuell bei 1920 bis 1960 einen Short machen. Ja, aber dann eher hier oben bei den 1960. Ihr seht hier dieses krasse Volumen, was hier unten liegt. Ist halt ein Haufen Short-Orders. Deswegen würde ich mich hier nicht mehr aufs Golden Pocket versteifen. Gefällt mir auch nicht. Also eher Short-Szenario. Dieses Hoch hier oben abgreifen. Und das war es dann aber auch. Long hier nicht, wo wir jetzt gerade sind. Long erst hier unten bei 1826 rum. Und das war es. Ich kann euch nicht mehr erzählen momentan, weil es einfach nicht mehr gibt. Wie gesagt, kurzer Blick auf den DXY. Wir könnten hier jetzt, weil wir jetzt auch die Ineffizienz hier drüben gefüllt haben, dass wir uns jetzt hier versuchen, wir sind jetzt ein bisschen tiefer gegangen, aber egal, dass weiterhin dieser Fahrplan hier erst einmal bleibt, dass wir uns hier oben dann noch die Ineffizienz greifen bei ungefähr 102,8 US-Dollar. Das könnte wiederum bearish für die Märkte sein. Das würde uns dann Ethereum einen Long-Entry geben, würde uns Bitcoin einen Long-Entry geben. Aber das war es dann halt auch. Mehr kann ich euch derzeit einfach nicht sagen. Aber gut, ansonsten sollte das jetzt ein knackiges Update gewesen sein. Ein Euro pumpt weiter, also Long läuft weiterhin hier oben. Ist dann unser dritter Take-Profit erster Mal. Und ja, das waren jetzt eigentlich mal so die grundlegenden Sachen. Warten wir einfach die Dinge, was sich da tut. Im Endeffekt geht es hoch, können wir shorten, geht es runter, können wir ein bisschen long. Aber mehr gibt es ehrlich gesagt nicht zu sagen. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite. Ich würde mich trotzdem darüber freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo auf jeden Fall da lassen würdet. Gerne einen Kommentar unten rein mit euren Alkommünschen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns entweder heute Nachmittag wieder oder dann morgen. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen und entspannten, vor allem bei diesen heißen Temperaturen, einen spannenden Tag. Kühlt euch ein bisschen ab. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.